Und wir gehen ein bisschen geradeaus mit dem siegreichen Gespann und da gibt es den Applaus. Luca, kommt toujours, mes Félicitations. Wie immer, Gratulation zu diesem Treffer, sehr schöner Listenerfolg. Wir haben es ja gehört, Kian wird immer besser. He becomes better and better. We tried in German, er wird besser und besser. Er ist richtig besser und besser. Ein Nouveau gewinnt mit 62 Kilo. Heute noch, easy gewinnt und ist nicht fertig. Ist richtig gut. Also da ist noch lange nichts erreicht, was er zu leisten vermag. Was mich jetzt interessiert, 2800 Meter, long distance, lange Distanz. You could take us through the race, einmal bitte durchs Rennen. Ja, 2800 ist gut, aber 3200 ist gut. Mehr Distanz ist besser, easy pferd. Rollaxe und der Pferd ist richtig gut. Und war das Rennen schnell? Was ist der fast race? Ja, heute ist es richtig fast race. Und am anderen Seite ist es ein bisschen schnell und keine Pause. Also nach Paufront. Schnell Tempo und Enki ist da vor mehr. Aber die Pferdehutern ist richtig gut. Wenn ich komme in den Straßengrad, ich habe ein Level mehr. Das ist perfekt. Wir gratulieren euch ganz herzlich. Hier kommen die Sieger im Hauptereignis des heutigen Tages. Kean und Luca Delusier. Für Trainer Peter Schirken grüßen auch Köln. Danke. 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 Danke.